Ich bin immer noch nicht sicher ob das immer läuft. Perfekt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar diesmal Security boof boof beef boof boof ein haunted ps1 game und alles was ich weiß ist das es angeblich Horror ist. Das sehen wir dann schon. Ich würde sagen wir schauen jetzt gleich erstmal rein. Ich bin gespannt. Oh ok ich musste E drücken. E? WTF? Security boof. 9.07.1996 Oh Gott. Job rules. Job rules. Make sure to talk to the person in the car that must work here. Check persons license plate on front of the car. Also das Kennzeichner anschauen. Ähm. Da ist so ein Register. Wenn der Name draufsteht soll ich die reinlassen. Wenn nicht dann müssen die gehen. Aha. Ok. Ach da ist schon jemand. Hallo. So. Great night we are having. Good things to come I think. Might let me in. Keine Ahnung. G 12 69 L. Stefan Oppressant. Da darf rein. Wie komm ich hier wieder. Rein mit dir. Stefan. No one is on the line. No one is on the line. Joa. Also. Nova Nexus. Also wir sind Security Typ. Ist sehr schön. Da kommt der nächste gleich. Aua. Das hat weh. Quiet night. Bet it's nice. Toya just feels like it's going to be held. Let me in. Warte mal. Leo N 31. Schauen wir mal. Leo N 31. Leo N 31. Leo N 31. Rowby Woodhouse. Rein mit dir. Gearbeiten. Nein da. Warum ist da kein Kennzeichen. Ich bin gespannt. Worauf das hinausläuft. Und so. Ja ja. Noch ein Auto. Hello there. Almost put a sick day. But today is. Ja ja ja. Blablabla. Gut Boy. Gut Boy. Schauen wir mal. Gut Boy. Ich glaube nicht dass er da rein darf. Gut Boy. Gut Boy darf rein. Josh Phillips und was was für ein Sound. Das wäre da so ein Schlüssel oder so. Scheiß. Ah. Weiter kann ich nicht. Wie schade. Schauen wir mal. Einfach beides aufmachen. So just for fun. Oh no. No 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 no. Nein. Stop 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 stop. Stop. Nein. Das war irgendwas mit XTS. Ja okay. Ich glaube das war das schon. Ich glaube das war. Ich glaube das war richtig. Ich hoffe mal. Ich hoffe das war richtig. Ich habe keine Ahnung. Hallo. Error. Error. Code 05 04 7. Hat es was zu bedeuten? Das ist ein Chattel. Das habe ich gerade gesehen. 12.06.96. 90. Diese kurze Form der Experienz zu fertig zu machen. Ein paar Unfälle. Das war das war's wert. Ich sag mal. Natascha ist tot. Mit der au8 7u. Au8. 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 Jetzt die Zeit. Die scheiß Notiz da hinzukleben, ha? Schlimm. Natascha, sing. Natascha ist doch tot. Müssen wir bitte wieder zugehen? Danke. Hallo. Das, ich seh dich. Oder you're doing. Ich glaub, der hat hier noch dieses Trang ist. Nee. Hallo. Fahr 5 A48. Fahr 5. Fahr 5 A48. Ja. Darf rein. Was siehst du da vorne? Komm her jetzt. Komm her. Ich schlag dich. Ich sag's dir. Verschwinde. Das Privatgelände. Hau ab. Ich sag's dir. Du kommst hier nicht rein. You shall not pass. Was? Ich seh dich. Oh, er fällt weg. Er hat seine Lektion gelernt. Das ist sehr schön. Was war denn das hier schon wieder für die Brüche? Hallo? Hallo? Oha. 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 If the director keeps running his goddamn test, we will never get to open. Classified with classified and classified it would only take a short amount of time to complete. Oha. Ah. Oha. System failure. System failure. Was hat er denn da verpasst? Keine Ahnung. Kommt schon wieder einer. What the fuck? DE4 T93 Was gehts mit der Musik ab? Was? DE4 oder was? DE4 Ehhhhhhhhh Sorry, nein, nein. Muss weg, weg hier. Ehhhhhhhhh Tschüss. Dreh um, lass dich nicht rein. Du bist ein Lügner. Lügner, lass dich nicht hier rein. DE4 hatte der. Den lass ich hier nicht rein. Lass dich hier nicht rein, nein. Seh ich nicht rein. Geh weg. Was zur Hölle passiert hier grad? Ich krieg jetzt hier nen Anruf und danach klappt die irgendwas gegen meine Tür. Oder auch nicht. Ein... Wer hat da jetzt... Mit deiner roten Kackhand... Reingeschmiert. Wer war das? Wer war das? Wieso machen da die ganze Zeit so komische Geräusche? So... Neue Notiz, warte mal. Der Direktor ist noch nicht rein. Der Direktor ist noch nicht rein. Ich werde ihn schütteln. Oha! Ich... Nein, ich kann jetzt nicht ran. Das ist Natascha. Help me. Help me. Hallo? Ja, ja. Tschüss Natascha. Help me! Nein, das ist nur ne neue Notiz. Mein Gott, Natascha. Finally, der X-Men hat sich verbessert. Mhm. Alter, wer ruft mich ständig an? Hör auf anzurufen, ich bin beschäftigt. Emergency. Emergency. Lockdown System aktiviert. Security Weapons aktiviert. Oxygen Level reduziert. Was? 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 Was wird passieren? Da will jemand raus. Hup doch nicht so. Mach schon auch, du Spassi. Fahr jetzt! Jesus. Fahr jetzt! Fahr los! Warum haben die es alle auf mich abgesehen? Ending 1. Okay. Natascha sing! Andras, oha! Natascha haben wir abgewiesen, oha! Andreas ruft rein! Joa, es ist laut, es ist laut, es ist ziemlich laut! Das Spiel war schon gut für so ein kleines Horror-Spiel. War jetzt nicht gruselig oder so. So. Sorry, es ist halt kein... Irgendwer ist gestorben, bla bla bla. Ging Experimente, wollte sich wahrscheinlich rächen, keine Ahnung. Irgendwie Geister und keine Ahnung. Und das fliegende Auto, keine Ahnung. What the fuck? Aber ne. Joa, ging schon für ein kleines Horror-Spiel. Dann, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video. Bye-bye! 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 Im H profun. Ich bin hier. So. Und...